So, ein weiterer Tourentag mit den Autosüchtigen. Heute in den Ammergauer Alpen. Zwei leichte Touren geplant, darunter Etralamandel war schon was uns erwartet. Länger dabei sind, oder schon immer in Ausflug gewohnt haben. Aber immer noch keinen kennen, da gehöre ich auch dazu. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020